Advent, Advent, die schöne Weihnachtszeit beginnt. In meinem Podcast Adventskalender bekommst du jetzt jeden Tag bis Weihnachten 24 kurze und längere Folgen von mir für dich und deinen Hund auf die Ohren, damit ihr diese wunderbare, besinnliche Weihnachtszeit genießen könnt. Heute ist Weihnachten und ich hoffe, du hast eine schöne Zeit mit deiner Familie, mit deinen Hunden, mit deinen Liebsten und genießt diese paar freien Tage. Ich hoffe zumindest, dass du frei hast und in dieser Folge möchte ich dich bitten, das Jahr mit deinem Hund ein bisschen Revue passieren zu lassen, dich an die schönen Momente mit deinem Hund zu erinnern, vielleicht auch aus dem kompletten Leben mit deinem Hund. Und wenn du magst, dir ein Glas zu machen mit Zettelchen, wo du schöne Momente aufschreibst, die dir dann auch in schwierigen Situationen helfen. Vielleicht kennst du das, dieses Glücksglas, dass du immer wieder schöne Momente aufschreibst, wo dein Hund und du ihr einfach glücklich wart und die Zeit genossen hast. Heute ist genau der Tag, wo du das machen kannst, wo du aufschreiben kannst, wie es dir geht und alle Glücksmomente anfängst zu sammeln. Ich hoffe, dass ihr einen wunderbaren Tag hattet und die Zeit gemeinsam genossen hast. Mein Hund liebt es, mit mir auf dem Sofa zu kuscheln und er ist einfach nur total niedlich, wenn es darum geht zu kuscheln und zu schmusen. Es gibt eigentlich keine Situation, wo er nicht gerne in irgendeiner Weise angefasst wird. Und bei meinem alten Hund bin ich einfach nur froh, dass er noch lebt, dass es ihm insgesamt gesehen wieder gut geht, dass man natürlich nicht verleugnen kann, dass er älter geworden ist und einiges an Krankheiten mit sich rumschleppt. Aber wir momentan einfach eine gute Zeit haben. Ich versuche es ihm so schön wie möglich zu machen, nehme ganz viel den Hundewagen mit und dass er eben dabei sein kann, auch wenn er lauftechnisch momentan nicht mehr so fit ist. Das heißt, diese schönen Momente, die sammelst du, die schreibst du alle auf. Machst kleine Zettelchen, Post-its, damit du dann, wenn du mal eine Zeit hast oder Situationen hattest, wo dein Hund dich schrässt, wo dein Hund dich nervt, damit du darauf zurückgreifen kannst. Wenn du eher der visuelle Typ bist, dann kannst du natürlich auch kleine Bildchen malen und das eher in die Variante reinschreiben. Das kann ich persönlich nicht. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass es Menschen gibt, die eben mit kleinen Bildchen tatsächlich nochmal besser visualisieren können, in welcher Situation sie sehr glücklich waren mit ihrem Hund. Außerdem möchte ich dir heute ein kleines Geschenk noch machen oder ein großes Geschenk. Meine Dogwalker Ausbildung startet nächstes Jahr im Juni wieder zum 10.11. zum 12. Mal und bis zum März gibt es den Frühbucherpreis. Das heißt, der Frühbucherpreis ist einfach günstiger und ich möchte dir vom 24.12. bis zum 26.12. noch einmal 200 Euro Rabatt geben. Das heißt, du bekommst, wenn du dich jetzt anmeldest, meine Dogwalker Ausbildung Basis zum Beispiel statt jetzt der Frühbucherpreis sind 1.999 Euro, zahlst du 1.799 Euro und bei der Premium Variante, ich glaube es sind 2.699 Euro, da bin ich mir gerade mal wieder nicht ganz sicher. Auf alle Fälle, da sparst du dann auch nochmal 200 Euro, bei der VIP Variante sparst du auch nochmal 200 Euro. Dabei ist für dich vielleicht interessant, du musst nicht sofort bezahlen, du bekommst auch die Rechnung erst im neuen Jahr. Das heißt, hier geht es nur darum, dass du dich angemeldet hast. Wenn du jetzt gar nicht so viel Geld hast und sehr, sehr kleine Raten zahlen möchtest, dann wäre das natürlich ideal, weil du könntest ab Januar anfangen zu zahlen und kannst die Raten tatsächlich über 18 Monate schrecken. Das geht sonst nicht so gut. Also melde dich gern bei mir oder verwende den Anmeldelink für die Dogwalker Ausbildung. Sie startet wieder am 7.06.2024. Damit wünsche ich dir noch ein paar schöne Tage mit deiner Familie, mit deinen Hunden und wir hören uns in diesem Podcast dann wieder wöchentlich. Immer freitags 18 Uhr kommt eine neue Folge raus. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge von Hundegruppen mit Klick angelangt. Ich hoffe, du hattest genauso viel Spaß wie ich. Kennst du schon mein unglaubliches Neu-Euro-Produkt Traumjob Dogwalker? Es kostet dich keinen Cent. Den Link findest du in den Shownotes. Wenn du noch mehr in die Tiefe gehen möchtest und dich zu einem echten Profi entwickeln magst, dann ist meine Dogwalker Ausbildung genau das Richtige für dich. Mit Expertenwissen und praxisorientierten Übungen wirst du zum Meister der Hundegruppen und zum absoluten Superstar unter den Dogwalkern. Wir starten wieder am 29.09. Sei dabei!